Heuchleicher Raqi ist derjenige, der nicht nach Koran und Sunnah die Ruqiyah macht. Und da sieht man bei ihm zum Beispiel, der fängt an. Meistens diese Heuchleicher Raqi, die suchen sich Frauen. Und wenn diese Frauen jung sind und so weiter, und der sagt, ja, keine darf hier bleiben. Und der fängt an, die Frauen anzufassen oder seine Hand auf ihre Köpfe zu machen oder auf ihren Körper. Der fängt an, mit ihnen über bestimmte Themen zu reden, die nicht in Ordnung sind. Der verlangt von ihnen viel Geld. Es gibt zum Beispiel, ich habe gehört hier, es gibt jemanden, der nimmt 500 Euro pro Besuch. Und einer hat mir erzählt, einer hat mir erzählt, der hat 37.000 damals bezahlt für einen, weil er ihm gesagt hat, du hast Seher. Ein Raqi, der von Ahl Sunnah und Jamaah ist, was macht er? Der liest nur den Koran, der liest nur den Koran, der gibt dir Tipps, dass du Allah erwähnst und fertig. Aber dass er anfängt und sagt, ich habe Jinn mit mir und diese Jinn helfen mir. Ich werde einen Jinn in dir rein und dann hole ich Jinn raus. Da muss man sehr aufpassen. Möge Allah, bei Menschen siehst du das von Augen. Und wenn er nach Geld viel fragt und wenn er nach bestimmten Sachen, die nicht von Koran und Sunnah sind, verlangt, dann müsste man aufpassen. Barakallahu fikum zack machen. Und jetzt ist das von Augen. Vielen Dank.